hallo der blindspec teller wo ich mich gewohnt und willkommen zurück zu einer neuen folge von sherry 2 wo ich gerade mal daran denke und hier das audio höre kann man ja eigentlich mal die musik lautstärke deutlich runter drehen danke weil hier irgendwann einfach so ewig laut wurde sag ich auch aber aber niemand hört auf mich gut wir sind blau und wollen hier rot weg machen also wie viel leben hatten der noch toll sind wir beide tot der sah schon so blutig aus mit seinem kaputten schild keine ahnung wieder zwei oder drei schläge aushalten könnte da hinten kommen gegner leute du bist doch verbindet oder nicht ne bist du nicht also sei ja mega schwer zu erkennen ja mach den da kommen auch gegner gut gemacht etwas kräfte weg ja klar auch heilung der fahrer heilt natürlich schnell sehr schön den haben wir schön auf den kopf gegeben äh ich wollte das gar nicht äh dürfte seine scheiße einfach auf mich nicht gut nicht gut da sind sie alle oben naja das schaffen wir nicht mehr dann versuch mal weiter scale light aufzuhalten genau mal schnell weg gemacht ich bin zu weit vorne ich hätte mir ne balliste sichern können was sucht ihr jungs da oben das ist schon längst vorbei da oben da oben sitzt schon einer auf der balliste ne ne ja doch ich habe heute noch nicht mit dem schläge getroffen jawohl immerhin das ist einfach so ein prinzipielles ding das gegnerische angriff woher durchkommen vorhin eigentlich gefühlt Ups, Entschuldigung, war für die Motivation, Leute. Autsch. Hat halt richtig weh. Tut sowas doch nicht. Dem ist ein Businessplan. Weg die Sau. Habe ich den? Nein. Ich habe einfach nur den Boden vor mir getroffen. Good mate hat es gemacht. Aber ich sehe keine Gegner. Und hier ist es schwer. Wir haben einen gekillt. Immerhin. Ach komm. Ich wollte nicht nochmal dahin drücken. Ich habe ihn auch gehört, dass da wieder ein Wichser angerannt kam. Wie viel Schaden kann man Mates machen? Ja. Danke. Danke. Ich dachte hier auf extra lange, um die Zeit zu nutzen, die er sich drehen muss. Aber war dann halt doch weniger Zeit, als gedacht, die er sich drehen musste. Ich werde es leid. Leute, nicht blocken hier. Ich nehme den ganzen Weg zurück. Okay, ich bin auch, hab mich da auch jemand geheilt mit, was wo auf dem Boden lag. Ich nehme den ganzen Weg. Ja, ich nehme den Kran-Ball. Ich nehme den Kran-Ball. Ich nehme den Kran-Ball. weg die sau und sicherheit null hier dran zu gehen alter wie sie sich einfach runter durchgedruckt hat und da ist legge gut leute wir machen jetzt nicht ob ich eine feuerbar mit draußen habe oder nicht mein körper ist zu dick danke für die heilung ouch hier reingehalten nach fach heute hin da wir halten sie auf die schweinehunde hier hin darf nicht pushen wir haben es geschafft leute wir haben die konvoi mal aufgehalten selten aber kann durchaus mal passieren das war auf jeden fall eine weitere folge von sherry 2 ich hoffe euch hat es gefallen wir sehen uns dann wieder bis dahin haut rein bis dann 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 bis Bis zum nächsten Mal.